Ach, die Map ist das. Oh Gott. Oh no. Was ist denn für eine ID? Also, ich bin noch am Connecten. Was soll denn das hier darstellen? Am Connecten. Das ist ein Hochzeits-Schloss. So gesehen. Und es gibt Bubbles, mit denen du hochfliegen kannst. Oh mein Gott. Das ist Marcel, der einfach runterspringt. Ich will da auch. Dann wünsche ich euch noch ganz toll viel Spaß. Dankchön. Gute Besserung. Jetzt sind wir zu fünft, oder? Äh, sechs wieder. Weil der Flo da ist. Das ist echt eine ganz merkwürdige Map. Oh. Ich wollte runter. Let's go. Will ich eigentlich nicht. Alter. Ups. Hey, hey, hey. Kriegt man da keinen Schaden, wenn man hier so... Ich glaub auf der Map gibt's keinen Fallschaden tatsächlich, oder? Boah, das ist ja was für mich, ja. Probier's doch mal aus. Nee, ich glaub auch. Er hat zwei getriegt, aber... Ja, bitte. Was? Was denn? Ich sag so, du bist gut. Nee, nee. Flo? Ja. Matze? Ja. Okay. Anna hab ich gesehen, deswegen frag ich Anna gar nicht. Danke. Ja, wenn ich sie sehe, ist er dann irgendwie offensichtlich, dass du so lebst. Hoffe ich zumindest. Oben ist Flo. Was ist bei mir? Kakashi. Die Map ist klein, oder? Er ist ganz klein. Nee, die Map ist klein, oder? Es geht, ist relativ klein. Oh, ne Katze, die als Astronaut verkleidet ist, ist ja cute. Wo? Wo? Hm? Matzi ist bei mir. Hallo. Das ist Marcel, da ist Matze. Wo ist die Katze, die als Astronaut verkleidet ist? Hier an dem Hauptturm an der Hinterseite. Hauptturm an der Hinterseite? Oh Gott. Schüsse? Ja, ich hab schon geschossen. Marcel ist da. Ja. Marcel, was war denn das für eine Waffe und die sieht komisch aus? Oh, ne Astronauten-Kerze. Ja, sag ich schon. Oh. Okay, Koka, dekoriert den Hochzeitsraum um. Was willst du? Mach willst du. Machst du jetzt. 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 Ach, da kann man hochklettern? Ja, man hat Matze erschossen. Wer ist das? Matze hat. Matze hat. Matze ist es. Also andere Matze. Ja, ja, Matze hat ein. Welcher Matze? Der Matze, der Matze heißt und nicht der Koka Matze. Der Matze heißt und nicht der Koka Matze. Komm, komm an die Matze! Komm, komm an die Matze! Wer ist denn der andere Matze? Der Asimov echter Cheese, ne? Der Matze heißt. Der Matze ist CLP. Ne, das ist Anna. Scheiße. Wo ist denn der? Wer? Keine Ahnung, vor allem. Ich bin mit dem gebindet. Also ich möchte den eigentlich nicht erscheinen. War das Flo? Der muss irgendwo hier sein. Wow. Matze war es anscheinend nicht. Der Winger. Doch, der Winger. Doch, der Winger. Warum schießt du mich an? Der Winger, du Idiot! Meine Fresse! Da! Ey, der... Der Körper war weg. Oh mein Gott. Der Körper war weg. Und dann war das dieser Körper nochmal. Weißt du? Ich sag vorher schon Deadwinger an, Flo. Hört einfach nicht zu. Hab ich dich versätzt? Ich bin mit dem Stuhl getötet. Sobald er Schaden bekommt, triggert der Deadwinger, ja. Ich vermisse auch, dass die Silent Shots waren. Jaja. Sobald der irgendwie Schaden kriegt, triggert der Deadwinger. Deswegen ist es halt so ein Gefäß. Ich hab mehrere Gefäße gebraucht. Wenn der vorher nicht umgekippt ist, hast du ihn einfach nicht getroffen. Ja, aber das ist gut. Beziehungsweise... Beziehungsweise Deadwinger braucht ja eine Zeit, bis er sich wieder rekapituliert. Also der muss ja aufladen. Weil... Ja... Das stimmt. Okay. Flo, bei mir... Hier gibt's sicher kein Falschabend, wenn ich jetzt hier runter springen würde. Bitte? Hier gibt's sicher kein Falschabend, wenn ich hier runter springen würde, bin ich nicht tot. Sicher bin ich mir nicht. Doch, es gibt keinen Falschabend. Ich glaub es auch. Okay, ich bringe auch noch an. Marcel ist bei mir. Anna? Anna? Alter. Flo... Ich bin immer noch innerständer. Hast du mit dir? Hast du mit dir? Ich hab's schon gesehen gehabt. Ich fand ich eine gute Waffe. Hast du mich nicht gesehen, Flo? Das ist ja komisch, dass du noch keine einzige Wunde... Wo stand ich denn? Hä? Du standst doch ja eben auf der linken Seite vom Schloss. Wer steht denn hier? Ne, das ist nicht richtig. Hä? Ich stand geradeaus von dir. Ja. Und du hast mich nicht gesehen. Eventuell, weil da ein Traitor-Shop vor war, Flo. Hä? Nur weil ich deinen Namen nicht sehe. Wir seht alle gleich aus. Wenn ihr eindeutige Aussehen hättet, dann wäre das deutlich einfacher. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ich will eigentlich auch ganz so aussehen, wie ich aussehe. Mir will schon so aussehen. Das ist nämlich irgendwie unangenehm. Jetzt steht da hinten... Marcel rin auf dem Dach rum. Das ist Marcel, ja. Flo ist bei mir. Okay, Nolan bei mir, Marcel bei mir. Unten ist... Das ist Matze. Matze. Hoch. Boah, Marcel passt wieder auf, was du damit machst, ja. Es gibt doch keinen Fallschaden, natürlich. Ja, oder, weil der mich aus dem Lapp wirft. Boah, Matze. Oh, 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 oh. Ja. Oh, sorry. Koka? Ich wollte eigentlich den Magnetostick ausrüsten, aber dann ist das Menü weggegangen. Hast du schon wieder den Stuhl mit da oben genommen? Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja. Oh Mann. Ja, ich hab ihn gesehen. Oh Mann. Ja, ich hab ihn gesehen. Du kannst ihn ruhig behalten. Hi! Ich komm nicht hoch. Wieso? Da kommt Anna hoch. Mist. Oh, tschüss Marcel. Du bist vom Dach gefallen. Wow. Da ist Flo. Wie ist denn Flo hierher gekommen? Ich bin hinter dir her. Ich hab dich da gesehen. Äh, Marcel? Ja? Koka? Ja. Ja, ne? Flo macht mir Angst. Die Riesen-Niku. Das sind aber auch scheiße teilweise. Du redest mir hinterher. Ich hab' schon gefragt, wo du bist, Koka, Mann. Ich drehe so meine Runden und ich sehe die ganze Zeit so, hä, wo ist denn Koka ein, Mann? Kommt der hier hoch? Ich bin schon dabei, da bin ich hierher. Das kommt bestimmt gleich, ja. Das hab ich mir fast schon gedacht, ja. Der hat den Zug angefahren. Das ist Matze. Wer ist denn hinterm Stuhl gewesen? Ah, das ist Anna. Ich? Muss der Marcel gestürt hin? Ey, der bereit ist sein Zugfahrer. Oh, das ist eh gestorben, oder? Ne. Wir nehmen alle noch mal nicht. Ja. Matze? Okay. Ja. Ist dir jemand geschrieben? Matze spielt mit dem Stuhl. Matze, ne mehr. Was war das? Wieso komm ich da nicht hoch? Bleib weg mit deiner Stange. Bleib weg mit deiner Stange. Ich komm da nicht hoch, das gibt's nicht. Oh. Ich komm nicht mehr aufs Dach. Flo ist wieder da. Ja. Du auch. Hey. Pass auf mit dieser Crowbar. Ist jetzt aufgegeben aufs Dach zu kommen, Marcel. Ne, eigentlich nicht. Aber ich komm da nicht hoch, weil diese Kante so scheiße ist immer. Versuch mal in der Mitte. Also wenn du die Blubberblasen in der Mitte hochsteigst, ist ja nochmal ein bisschen was zum Hochglädern. Zu pflanzen. Ja, aber das ist genau dasselbe. Silberall. Leidig ist los, hm? Hm. Ach, oh mein Gott, ich bin drauf. Dann ist Anna. Oh. Ja, und Rudolf. Bist du innocent? Oh oh. Bist du innocent? Ja, klar. Die Antwort kam sehr spät. Das ist richtig. Warum kamen sie so spät? Ja. Macht das bei ihr? Ja. Ist doch eh egal, was wir sagen. Oh, Nolan ist da. Ich bin hier. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, what? The fuck? Yo. Ich hab nicht gewusst, dass du das bist. Alter, das ist so dumm. Weißt du, du wirst gefragt, ob du Traitor bist. Und egal, was du sagst, ist doch eigentlich scheißegal. Ja, das ist scheißegal. Was hast du denn gesagt? Ich hab einfach, ich hab gesagt, dass ich innocent bin. Und trotzdem hat er dich erschossen, oder was? Ja. Warum darfst du denn eigentlich Trank daneben schießen, aber dann hab ich irgendwie doch... Oh, da hab ich einfach einen Heller gedrückt, ne? Also... Ich hab aus Versehen mal einen Headshot gegeben. Aus Versehen mal jemand getötet. Ja. Fertig. Ja, warum auch nicht, ne? Das passiert halt so im Alltag. Ja. Passiert irgendwie zufällig immer, wenn ich Traitor bin. Diese Lucky Headshots. Ja, vor allem meistens funktioniert es ja wirklich nicht, weil die Person dann reagiert. Niemand ist auf meinen Kopf gesprungen. Oh ja. Naja, aber niemand würde sagen, ja, ich bin Traitor. Was hast du gerade, Anna? Irgendeiner von euch ist auf meinen Kopf gesprungen und deswegen hab ich jetzt weniger Leben. Echt? Ja. Uff. Nein. Das ist Marcel. Flo ist auf dem Dach. Du anscheinend auch. Ja, ja. Da kommt Anna hoch. Marcel ist auf der anderen Seite vom Dach. Ja, Marcel kommt grad kuschelnd zu mir, das mag ich nicht. Das ist noch jemand auf dem Dach. Noch jemand auf dem Dach? Huch! Haaaah! Hö! Dann auf dem Dach. Eine Kroka nicht, oder? Wo ist Kroka? Ne, ich bin nicht auf dem Dach. Hey Marcel. ja es war echt nett eben von dir was halt immer so ganz netter kommmann schul vergesst da versuchst du gerade mich in den abgrund zu schützen die fahrt gewesen oder dass das von oben das gekommen ist das von oben die missal gewesen auf jeden fall ein schwarzes loch jetzt hier im dach das seh ich auch nicht interessanterweise war das dann mal ziehe da ihr drei euch die ganze zeit mit crowbars verhaut und marcel mit einer shotgun hinter mir gelaufen ist ja komm schon was soll das denn hallo hat mich geschossen ja warum wir alle hier oben waren und du da unten ich sehe doch was besser als meine begründung wen hast du denn im verdacht also koker also kaka die kaka sie hör doch mal bitte auf Hör bitte auf, Matze. Geh weg von mir. Also Schatzi, falls nicht Trailer beschutzt, mir leid. Mh. So ne Stil, Mann. Hallo. Und du auf dieses Mitteldach, ich verstehe? Ist das mal weg. Oder kommt man überhaupt gar nicht hoch? Alter, wie viel blutes Job. Auf was für Mitteldach meinst du? Also das hier ganz hinten, diese Erhebung da. Musst du einfach hoch, musst du einfach hoch springen. Du kannst da nicht einfach so hoch springen, aber von hier aus geht's einfacher. Von diesen Bogen. Ja, aber da komm ich ja auch schon nicht hoch. Hä? Spring über den Abgrund, ja? Kann man runter springen. Und dann da hoch springen. Oh mein Gott. Und jetzt kommen wir mit nach hinten. Guck hier. Da ist die Astronauten-Katze. Oh mein Gott. Ich bin bei Nolan. Erzähl, warum snapst du da? Ja. Ja. Auch nicht. Hm. Ja. 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 Du lebst hier. Du lebst hier noch? Sie springt von mir rum. Nee, anderen lebt noch. Flo, geh mal weg von mir bitte. Ja, dankeschön. Alter, wenn ich jetzt erschossen wäre, dann wurde ich hinterrücks von Koka erschossen. Hä? Wieso? Ja. Wieso was, Flo? Wieso was? Wieso die... Ich hatte meine Hand nicht an der Maus und es hat dreimal geschossen. Oh, dann hast du vielleicht der Parasit und dann ist es mit Sicherheit der Matze, weil der macht immer so hinterhältige Sachen. Ich? Was ist da oben gerade einge... Was genau? Da ist gerade jemand gestorben. Ja. Hanna, da ist gerade jemand gestorben. Ich weiß. Das ist gerade Corona gekommen. Flo ist gerade... Hä? Flo ist gerade Corona umgefallen. Ja. Matze ist noch gar nicht bei... Jemand anderes ist auch noch gestorben. Wie geht denn das nochmal? War das jetzt Death Crip oder was? Äh... Marcel, ja. Da ist irgendeine krasse Bombe hochgegangen. Es ist Hunderbrot der Matze. Tötete Matze. Marcel... Nee. Guck mal schon jetzt an. Also, ich komme nicht hier hoch. Das ist doch jetzt... Stirb Kartoffeln. Hä? Was war Kartoffeln? Was war Kartoffeln? Ah, das war Kartoffeln? Ah, das ist der F-Movie. Ja. Ja. Ähm. 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 Das ist Koka. Matze ist tot. Hä? Wieso war ich's denn? Weil ich dich von oben gesehen habe, mein Freund. Ich hab meine Waffe weggeworfen. Zieh schon gespannt. Äh, ja. Äh, ja. Ich hab noch nie rausgekriegt, was dieser Brain Parasite macht. Der ist böse. Ja, vor allem ist es ein Instant Kill. Mh, jein. Naja, 20 Sekunden später bist du halt tot. Ja. Hast du noch 20 schöne Sekunden übrig. Den du halt eigentlich ansagen kannst, so wer es war. Ja, hab ich doch. Schatz, ich hab gewusst, dass du es bist. Ja, woher? Ja, weil ich deine Spielart kenne. Ja, weil ich deine Spielart kenne. Das, 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 das Koka, das wusste man halt allein da schon, weil wir alle fünf oben in Bewegung waren. Du bist da reingelaufen und komischerweise genau da, wo du hingelaufen bist, ist eine komische Bombe hochgegangen. Ich bin nirgends hingelaufen. Ich hab doch gesehen, wo du hingelaufen bist. Ich war doch nie, ich war doch nie, niemals in der Nähe von dieser Bombe. Wir waren alle auf dem Dach und du warst der einzige, der... Das ist okay, das ist die einzige, das ist die einzige Argumentation, die ich akzeptiere. Ja, und dann hat der andere Brain Parasite gehabt und du bist Spezialist. Okay, dann war es sowieso. Hä? Da hab ich weiter anbekommen. Das ist, äh... Marcel, bist du an, äh, Death Crip gestorben? Nee, ich bin an dem Missile gestorben, den Koka geschossen. Ach so, war es nur ein zweiter oder was? Ja. Zwei. Ah, okay, das wusste ich nicht. Zwei. Die erste hab ich versehentlich mit einmal zu, äh, mit einmal zu viel Linksklicken aktiviert. Ach so, okay. Okay. Ich verstehe. Jetzt hab ich halt so gewundert, so... Ja, das wär kacke, Alter. Uh, da ist Koka. Wie kommt man da vernünftig an diesem Dach hoch? Ich raff jetzt. Ey, einfach da an der Seite. Mit den Bubbles in der Mitte hoch. Ja, du kannst überall so hoch. Matzi ist bei mir. Ey, aber wenn du bei dir... Kann ich eigentlich auch hier hoch? Nee, kommt man nicht. Dann geh ich einfach auf die orange Plattform und geh dann den Ranken ganz normal hoch. Wie an der Leiter. Die Ranken klingen auch wie eine Metalltreppe. Ja, sehr richtig. Sehr richtig. Sehr richtig. Lustigerweise, ja. Er geht zu. Oh. So, dann kann ich bei der nächsten Lauf wieder aufpassen, dass wir nicht einfach rubellt rumspringen, weil ich vergessen hab, dass der Fallschaden wieder da ist. immer noch innocent mein gott was war das denn ein disco wahrscheinlich oder das ist komisch aber wo sollen schaden sonst erkriegen weil wir leben halt alle noch andere erklärung wäre halt dass er ja man sollte als innocenter geworfen und wurde selbst erwischt es gibt es noch mal runden wo die also ich habe auch gekriegt wo einer auch nur gesprungen ist und ich habe keinen ok dann springt ja einmal der mitte runter ich habe nicht auf euch ich bin ein baseballschläger flo ist es auch da ist flo der hat einen baseballschläger gehabt wenn ihr euch da oben bekriegt habe ich mal auf marcel gehört ich habe mir hinter mir die melke geschossen aber ein ex ab sich steht in einem vorbei ganz kurz abkau ja ich mache ja manchmal auch kriegt man als traitor denn eigentlich neue credits in den leute killst okay wer schießt denn ihr wie wild ich höre halt nichts das ist so belastend ja aber dann ist wieder zu ich bin im hauptraum hatte ich springe aufs dach hoch okay probieren wir es jetzt aus hast du gerade jemand fluch hat gerade dingsbums getötet er hat doch gesagt ich soll den killen ja ich weiß jetzt nicht wie ich das so finden soll ey dann schießt mich klar freut sich der trader wenn er wenn er wahrscheinlich ist es ne man ist es ein spectator das wäre sonst witzig gewesen wenn der einfach trader ist wir uns alle gegenseitig killen und der kommt zurück und gewinnt da und ich komme nicht auf dieses blöde flo du stell dich jetzt da hinten in die ecke und bleibst dort okay ich stelle mich in die ecke und jetzt da bleibst du jetzt einfach noch acht minuten und 37 sekunden oh ne und ähm mit mitho nicht mitho 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 Oha, da ist wieder der Nolan. Komm schon wieder an, Flo. Wieso starte ich mit 95, ach ja, weil ich dich gekillt habe. Ja, weil du den Erosenten gekillt hast. Deswegen. Oh, Erza steht hier auf der Säule rum. Ach, lol. Ja, die ist aufgang. Interessant, interessant. Hä? Wie bitte? Was los? Ich hab wieder falsch anbekommen. Okay. Ich spiel das Spiel falsch. Wie ist Anna eigentlich auf diese Säule gekommen? Holy shit, spawnt man da? Hä? Wahrscheinlich als Spectator. Ist ja kein Spectator. Ich bin ein Spectator-Spot. Okay. Wo steht sie? Also die ganze Rüttelstein, wer von euch ist innocent, oder nicht? Ich bin innocent. Ich bin innocent. Ich bin dafür, dass Flo sie killt. Dass wenn sie innocent ist, Flo nächste Runde noch 90 helft hat. Okay, soll ich? Ja, mach von Fluss. Okay. Ich hab nur eine Shotgun, das wird nicht so. Ja, egal. Schass. Aua! Hä? Es wurde gerade gesagt, ich soll dich killen. Jetzt soll doch immer Leute hören. Fühlt deine eigene Meinung. Hihihihihi. Das war aber eben auch falsch. Da wolltest du mich auch wieder killen. Nein, spielen aber. Ja, weil du spielen hast. Puga, kannst du dir in irgendeiner Art und Weise helfen? Ich weiß nicht, dass ich das darf. Klar. Hast du wenig Kuschelbedürfnis heute? Kann das sein. Scheiße, jetzt kommen wir nicht hoch. Ja. Jetzt ist Flo noch hinter mir. Flo, ich bin's nicht. Ja, ich weiß, ich wollte nur zu Astronauten kratzen. Habe ich hier gerade Schlüssel gesehen? Wir sehen. Er stimmt, er kann sich nicht hören. Nee. Hab's vergessen. Ey, was machst du? Kommst du nicht hoch? Matze, lest du noch? Nee, oder? Katze ist so hoch. Aber ich komme jetzt, warum kommt ihr alle hier hoch und ich nicht? Die Mittel hier, wo ich bin. Ich hau eigentlich gerade, wette ich nur für Koka ab, mehr mache ich gar nicht. Da. Schön, wenn der Kakashi einem hinter einem herhoppelt. Ich finde, die Map ist nicht so bombe. Die ist ein bisschen so hoch. Was ist denn, ist ganz witzig? Ich finde die auch witzig. Wer ist da da drüben? Das ist Matze. Huch. Wer schießt denn da? Oh, der fuck? Was ist das denn passiert? Eventuell war da Flo und eine Bärenfalle. Ja, und automatisch deshalb war ich's. Dann lag das und ich bin tot. Ja, wer soll das denn sonst gewesen sein, wenn du die Sachen hast, seine Lieb? Lass mal jeder ne Map wählen. Weil ich die nicht gesehen hab vielleicht? Vielleicht. Vielleicht. Untertitelung des ZDF, 2020